So, nächste Instanz, die Deep Mines oder die Tiefe Mine, die Tiefe Mine, oder? Also hier ist es eigentlich praktisch nur reines Durchlaufen. Das ist auf eine Stelle, also hier gibt es nur 3 Champions. Weil die 2 am Ende der Instanzen und der 1 hier direkt verordnet. Die Sache mit dem Kleemann ist die, er teleportiert sich nur so weit, wie weit man freie Bahn hat. Also hier zum Beispiel könnte man nicht rüber teleportieren, weil der Zaun da oben im Weg ist. Das habe ich ja schon oft genug ausprobiert. Sozusagen, man zielt das Ganze mit dem Mauszeiger. Und man teleportiert sich an den Fleck, wo der Mauszeiger dann auch automatisch hinzeigt. Ein kleiner Trick. Kurz bevor ihr flimmert, solltet ihr springen, dann habt ihr noch ungefähr... 3, 4 Zentimeter, ich weiß nicht, wie viele Meter sie im Spiel sind. Sollen 20 Meter mehr angelegt vor der Landung. Ein Kostendruck. www.sekonart구� und abgestone. ald und Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's mit den Bossen und hier ist der Eingangsspiel, der vor allem ist. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Instanz.